Und jetzt geht es um die einfachste Möglichkeit, zu Hause die Dekoration noch ein bisschen aufzuwerten. Dekoration möchte ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber es ist immer ordentlich aussieht. Und Stauraum ist heutzutage sehr, sehr wertvoll. Ich weiß noch, in den 70er Jahren hat man so globige Schränke aufgebaut, Riesentrümmer. Und da hatte man so viele Schubfächer und da konnte man alles reinmachen. Kein Problem. Stauraum war da kein Problem. Aber heutzutage lebt man moderner, es wird alles ein bisschen luftiger. Aber was darunter gelitten hat, ist eben Stauraum, der sehr, sehr wertvoll ist. Und wie Sie sich den Stauraum hier ganz solide und vor allem unglaublich schick wieder zurückholen können, das zeigt Ihnen Kati jetzt mit unseren nagelneuen Produkten, die sich schon zu absoluten Bestsellern entwickelt haben. 80 Liter Stauraum für Sie und das in Ihrem Wohnzimmer, in Ihrem Schlafzimmer zum Beispiel, im Gästezimmer. Schauen Sie sich das mal an. Das ist natürlich hier ein Traum. Und dabei haben Sie auch noch ein schönes Sitzmöbel gewonnen. Stauraum und gleichzeitig ein wunderschönes Sitzmöbel. Denn das ist hier eine Stautruhe, die Sie haben. Gleichzeitig aber auch hier eine wunderschöne Sitzbank. Mal zum Beispiel vor Ihrem Bett zum Beispiel. Wenn Sie so ein schönes Doppelbett haben, können Sie da auch gern zwei davor stellen. Oder natürlich auch im Wohnzimmer einfach schön, wie wir das jetzt hier gemacht haben, mit zu dem Esstisch dazu, zu dem Wohnzimmertisch. Und da haben Sie Stauraum. Und Sie haben gleichzeitig für Ihre Gäste zum Beispiel auch mal eine tolle Sitzmöglichkeit. Das kennen Sie wahrscheinlich auch, dass Sie da Gäste bekommen. Und dann herrscht zu wenig Sitzplatz einfach. Und da können die Gäste sich auch damit schön draufsetzen. Weil wir haben hier insgesamt 80 Liter an Stauvolumen. Und wir haben eine Belastbarkeit bis zu 300 Kilo. Und ich möchte es Ihnen gern mal zeigen. Einmal natürlich hier schön diese wunderschöne Sitzfläche in diesem Chesterfield-Design. Das ist natürlich sehr edel und elegant gemacht. Vielleicht hat Ihr Bett, wenn Sie ein Bett zu Hause haben, diese modernen Boxspringbetten. Die haben meistens hinten auch diese tolle Steppung bei dir. Du hast mal erzählt, dein Sofa sieht genauso aus. Richtig, genau. Also ich habe mir extra diesen Bezug ausgesucht. Und mein Sofa ist noch gar nicht so alt. Also seit wir in Dassel sind, da habe ich mir ein neues Sofa gekauft. Und das passt perfekt daneben. Ich habe natürlich auch diese Ränder. Aber Stauproblem habe ich auch immer. Stauraumproblem. Aber da bekommst du jetzt alles unter. Ob sortiert oder wild durcheinander, weil man schnell aufgeräumt werden muss. Weil überraschend Besuch kommt. Das ist ja ganz egal. Aber ich finde das klasse, dass es das gibt. Ein Sitzmöbel, da passt man ja locker zu zweit drauf. Oder dann natürlich auch ein Stauraum, der sehr, sehr exklusiv aussieht. Jetzt hast du den Deckel schon weggemacht. Das ist das, was mich so begeistert. Auch diese Polsterung, der Deckel. Das ist ja wirklich wie ein echtes Sofa gepolstert ist heutzutage. So sind auch diese Kisten gepolstert. Genau, also hier diese ganz tolle Chesterfield-Steppung. Super edel und elegant. Ist momentan total im Trend. Richtig dick auch von der Polsterung her. Das kann man jetzt hier auch sehr gut gerade sehen. Super schön gemacht. Als Sitzmöbel dann auch geeignet. Wie gesagt, bis zu 300 Kilo belastbar dann auch. Mit dieser tollen Sitzbank. Hier sieht man das gerade. Schauen Sie mal. Boah, richtig, richtig toll. Ganz, ganz edel. Für den Preis jetzt von hier 22,75 Euro. Das ist eine Sensation. Vor allem hier mit dann 80 Liter Stauvolumen, die Sie haben. Schauen Sie mal, wenn so ein Tisch mal so ein bisschen unordentlich ist. Sie haben da alles Mögliche liegen. Zeitschriften, dann natürlich Bücher, vielleicht auch Gesellschaftsspiele. Man hat ja so viel, was irgendwie rumliegt. Und gerade auch so größere Gesellschaftsspiele oder sowas. Die bekommt man sonst gar nicht richtig in den Schränken unter. Sie können hier alles drin verstauen. Kinderspielzeug zum Beispiel. Auch mal größere Bücher. Das kann hier alles rucki-zucki eingeräumt werden. Die ganzen Zeitschriften, die Sie auf dem Tisch haben. Die nehmen Sie einfach eins zu eins. Schmeißen Sie mal hier rein. Das ist überhaupt kein Thema. Schon ist das alles aufgeräumt vom Tisch. Sieht ordentlich aus. Dann machen Sie hier nur noch den Deckel drauf. Und schon haben Sie hier alles ordentlich eingeräumt und haben dabei noch ein wunderschönes Sitzmöbel, auf dem Ihre Gäste oder Sie selber dann auch Platz finden können. Wo Sie auch mal die Füße drauf ablegen können, wenn Sie möchten. Oder auch mal schön wirklich hinter dem Bett. Das sieht so edel und elegant aus. Vielleicht kennen Sie das auch aus den Hotels oder aus den Zeitschriften. Da stehen meistens auch so Truhen hinter den Betten, um einfach da mal die Kissen reinzumachen oder Decken zum Beispiel. Das ist einfach ganz schick und elegant. Und für den Preis jetzt von 22,75 Euro eine Riesensensation hier bei uns. Also wirklich herausragend, muss ich sagen, das Design und auch die Haltbarkeit. Das möchte ich jetzt gleich mal auf die Probe stellen, weil du kannst mir viel erzählen mit 300 Kilo. Ist es wirklich 300 Kilo? Dann gehen wir jetzt beide da mal drauf. Also du hast 50 Kilo, ich habe 60 Kilo ohne Knochen. Wir beweisen Ihnen das. Also jetzt bin ich gespannt. Zack. Schauen Sie, das ist überhaupt kein Problem. 300 Kilo. 300 Kilo belastbar. Hier eine von diesen Truhen, das ist überhaupt kein Problem. Gehen da drauf. Also sensationell, gar kein Problem. Können Sie auch mal, wenn Sie was einräumen müssen, oben in den Schrank, können Sie sich draufstellen. Als dritt, als kleine Erhöhung. Natürlich auch das. Aber jetzt, ich muss sagen, ich bin jetzt komplett begeistert. Ich habe gedacht, da steht man jetzt irgendwie so ein bisschen wackelig. Nein, überhaupt nicht. Und habe mich schon darauf vorbereitet, so ein bisschen zu balancieren. Da steht man bombensicher. Das ist richtig fest und solide. Also ich bin absoluter Fan davon. Kannst du auch tanzen? Das passt. Tanzen will ich jetzt weder auf der Kiste noch vor der Kiste. Aber ich finde es klasse, dass das so unglaublich stabil ist und den Stauraum bietet. Also diese graue Stoff wird direkt neben meinem Sofa platziert. Ich habe auch immer so ein paar Utensilien, das sieht dann immer so ein bisschen unaufgeräumt auf. Du hast ja Sachen, die du ständig brauchst eigentlich. Aber du willst sie nicht immer gleich wieder wegräumen, weit weg irgendwo in den Schrank und dann wieder rausholen, sondern griffbereit. Und hier, wenn man das neben dem Sofa platziert, ist es griffbereit. Und du hast es vorhin gesagt, jetzt kommen mal noch ein paar Freunde zum Fernsehabend oder sonst was. Dann hast du gleich noch Doppelsitzflächen hier. Also zwei Leute passen da locker drauf. Oder auch bei Kindern, an Kindertisch. Oftmals macht man so einen Kindertisch. Ich glaube, da kommt sowas auch als Sitzbank hervorragend. Ja, natürlich. Gerade für Kinder auch, auch fürs Kinderzimmer oder auch mal fürs Wohnzimmer. Vielleicht sind sie auch Großeltern und die Kinder kommen immer mit dem ganzen Spielzeug. Dann räumen die das da immer alles im Wohnzimmer aus. Das kennen sie ja auch und spielen immer im Wohnzimmer. Dann liegt das ganze Spielzeug da im Wohnzimmer rum. Hier, das ist genau das Richtige. Da können sie das alles dann da immer einräumen. Das wird dann die Spielzeugtruhe im Wohnzimmer. Und dann kommt alles an Spielzeug, zack, zack, zack. Hier dann immer rein, wenn die fertig gespielt haben. Dann kommt da wieder der Deckel drauf. Und die wissen dann immer schon, das ist ihre Spielzeugtruhe. Das ist eine ganz tolle Idee. Das ist eine so tolle Idee. Weil ich hatte ja letztes Jahr zum Glück mal meine Enkel bei mir zu Besuch. In meiner neuen Wohnung in Dassel. Und die kamen, die beiden. Und es sah aus, als hätte eine Bombe innerhalb von einer halben Stunde. Meine ganze Wohnung, und die ist ja nicht klein unten, du weißt es ja, du kennst sie. Die war verteilt mit Spielzeugen. So was ist dann natürlich Gold wert. Einfach rein und dann sieht es trotzdem ordentlich aus. Aber die Spielsachen müssen nicht immer aufwendig verräumt werden. Und hier für diese Stoffkiste, also Stoffbezug, muss ich nochmal sagen, mit dieser wunderbaren Polsterung, haben wir die Bestellnummer, die Ennex 6238 und die 569, der Preis 22,75 Euro. Kathi, ich könnte mir das auch gut vorstellen, vor einem Fernsehsessel, um die Füße ganz bequem draufzulegen. Selbstverständlich. Selbstverständlich. Schauen Sie einfach, welche Farbvariante Sie wie oft haben wollen. Wir zeigen Ihnen gleich auch neben der grauen noch hier die weiße, diese beige Champagnerfarbene Variante und noch die schwarze Variante. Die schwarze ist, glaube ich, schon ausverkauft, höre ich gerade. Oh, da müssen Sie bitte dann vorbestellen. Aber Sie bekommen trotzdem den TV-Sonderpreis, weil schwarz wirklich schon die Nachfrage extrem hoch war. Aber bitte dann vorbestellen. Also es ist wirklich sensationell und man kann das natürlich auch schön nutzen, um da einfach mal dann die Füße draufzulegen zum Beispiel. Das geht selbstverständlich auch, wenn man auf dem Sofa sitzt oder auf dem Sessel und man kann da alles drin verstauen. Auch mal, wenn man zum Beispiel ganz viele Decken und Kissen zum Beispiel hat. Das kennt man auch zu viel auf dem Sofa. Man hat diese ganzen Kuscheldecken und Kissen und denkt sich, ach Gott, wohin denn jetzt damit? Man möchte das ja nicht alles liegen haben. Dann nimmt man das einfach mal ganz schnell und räumt das in so eine Truhe ein. Wir haben nämlich auch das weiße Modell. Das ist mein Lieblingsmodell hier. Ich hole es mal so ein Stück nach vorne. Ich schiebe hier mal unser beiges Modell so ein Stück weg. Das ist auch schön, dass man das wirklich so flexibel händeln kann. Kann man. Und schau mal hier, das ist ein Traum. Und da natürlich auch 80 Liter hier an Stauvolumen. Und da passt natürlich noch viel mehr rein, als jetzt nur hier irgendwie zwei Kissen und eine Decke. Aber Sie sehen, das ist riesengroß alles da drin. Rucki zucki mal die ganzen Decken, die ganzen Kissen rein. Vielleicht haben Sie auch für die Gäste mal so Gästebetten und Decken und Kissen und sowas. Alles zack, zack, zack da rein einfach. Schon ist das verstaut, weil 80 Liter ist wirklich viel. Und da haben Sie alles auch in Griffnähe, falls mal jemand kuscheln oder schlafen möchte. Und dann hier, schauen Sie sich das mal an. Ist das schön, hier auch mit dieser wunderschönen Chesterfield-Steppung, diesem wunderschönen Design. Toll gemacht. Und weißes Kunstleder ist besonders pflegeleicht. Muss ich mal sagen, ich habe ja ganz viel im weißen Kunstleder zu Hause. Kann man einfach abwischen, auch wenn da mal was drauf tropft. Ist super, super schön. Auch hier wieder ganz, ganz dick gemacht. Richtig schön gepolstert das Ganze. Wenn man das hier sieht, super edel und elegant einfach schaut das aus. Hier auch nochmal schön zu sehen, diese Doppelnaht, die wir haben. Also eine ganz hohe Qualität einfach für den Preis jetzt. Also da lohnt es sich wirklich auch direkt zwei oder drei zu bestellen, weil das einfach eine geniale Sache ist. Also schauen Sie sich das mal an, wenn Sie das neben Ihr Sofa stellen oder so. Und auch hier selbstverständlich bis 300 Kilo belastbar das Ganze. Also da können Sie auch wirklich sich draufstellen, können draufklettern, wie Sie möchten. Das ist überhaupt kein Thema, weil die wirklich super, super belastbar sind. Das ist überhaupt kein Problem. Also eine super, super Qualität, die wir da haben, das ist einfach toll. Also der einzige Grund, warum ich jetzt nicht mit draufstehe, ist die Farbe. Weiß. Da möchte ich jetzt einfach nicht drauf, dass Sie noch schmutzig werden, obwohl Sie sind pflegeleicht. Dieses Kunstleder, das kennen Sie auch. Einfach abwischen. Das ist wirklich sehr, sehr pflegeleicht. Ich glaube das auch. Und hier 23,70 Euro. Das ist ein Hammerpreis exklusiv für Sie als Pearl TV Zuschauer. Und ich glaube in vielen Räumen gut einsetzbar. Auch im Kinderzimmer. Selbst da braucht man keine Angst haben. Das ist ja pflegeleicht. Also dieses Weiß ist abwaschbar. Und es macht eben aus dem Chaos Ruckzuck Ordnung. Und nochmal der Zusatz, dass es nicht nur eine schöne Truhe ist, sondern Sie sehen, ich sitze ja jetzt auch bequem drauf. Ein bequemes Sitzmöbel. Und das Wort bequem ist mir dabei sehr, sehr wichtig, weil egal für welche Farbe Sie sich entscheiden und egal ob Stoff oder Kunstleder, alles ist gepolstert, wie es sich eben für ein bequemes Sitzmöbel gehört. Und gleichzeitig haben wir den Stauraum. Oder Sie nehmen es wie Kathi jetzt gerade. Ich habe das so aus dem Augenwinkel rausgesehen. Einfach als Hocker, um die Füße vor dem Fernsehsessel oder vor dem Sofa nochmal ein bisschen zu entspannen. Auch da, wenn das jetzt hart wäre, Kathi, dann würden wir nach wenigen Minuten die Fersen wehtun. Aber das ist ja wirklich so toll gepolstert und so weich. Das ist einfach etwas ganz Intelligentes zum kleinstmöglichen Preis. Nochmal diese Truhen hier mit Kunstlederbezug gerade mal 23,70 Euro. Ich sage Ihnen auch mal, die Bestellnummer für die weiße Box, das ist die NX 62636 und die 569. Und Kathi, du hast mir vorhin was gezeigt, die kann ich ja auch ohne Probleme, wenn ich mal umziehe oder wenn ich sie mal nicht brauche, zusammenfalten. Das stimmt. Also falls Sie die mal mitnehmen wollen, falls Sie wirklich mal umziehen oder sowas, können Sie die ganz einfach zusammenklappen. Das ist überhaupt kein Thema. Das zeige ich Ihnen mal eben schnell. Das geht rucki zucki. Da ist einfach diese Einlage drin, dieser Boden. Den kann man dann auch einfach einmal rausnehmen im unteren Teil. Und dann kann man das wirklich ganz schnell, schauen Sie mal hier, zack, zack, zusammenklappen. Dann den Deckel da drauf. Und dann ist das alles das, was Sie haben. Schauen Sie mal, so können Sie das dann mitnehmen, wenn Sie möchten. Können das auch mal mitnehmen, jetzt zum Beispiel, wenn Sie eine Wohnung über zwei Etagen haben nach oben oder auch mal auf den Dachboden. Oder auch mal, wenn Sie eine Ferienwohnung haben, Ferienhaus und sagen, oh, da möchte ich auch so eine tolle Sitztour haben, ja, mit viel Stauraum. Kein Thema. Nehmen Sie es einfach mit, gucken Sie, können Sie sogar zwei, drei, vier im Auto transportieren. Das ist überhaupt kein Problem, wenn Sie jetzt überlegen, kann ich davon mehrere bestellen, kann ich die auch mitnehmen in die Ferienwohnung, ins Ferienhaus. Ja, selbstverständlich. Schauen Sie, so kompakt sind die eigentlich. Ja, und alles hineinstecken, was Ihnen passt, also das Chaos praktisch vermeiden bzw. beseitigen, ohne lange Wegstrecken, dass man was auf dem Keller oder einen Speicher oder in die Schränke räumen muss, sondern man hat es trotzdem griffbereit. Ein Sitzmöbel im Notfall haben wir hier auch noch, es ist schnell auf und schnell abgebaut. Es hat alle Vorzüge von Möbeln, die man sich wünscht und es hat vor allem einen super günstigen Preis. 23,70 Euro, das ist unser TV-Sonderpreis für Sie und die weiße Variante bekommen Sie mit der Bestellnummer NX-6236 und die 569. Auch kleine Farbunterschiede sind Farbunterschiede. Und jetzt kommen wir zu einer, die würde ich, wenn sie allein dastehen würde, hätte ich die als weiß betitelt, aber wenn ich jetzt die weiße nebendran sehe, weiß ich, das ist ein anderer Ton, das ist beige. Das ist beige, so ein bisschen Champagnerfarben, kommt sehr viel wärmer nochmal rüber, also gerade wenn Sie auch Holz zu Hause haben, dann ist die sehr schön, geht auch sehr gut mit einem Parkett- oder Laminatboden, also diese Holzböden zum Beispiel, sieht damit sehr, sehr edel und elegant aus. Also wirklich ein wärmerer Ton nochmal, ganz, ganz schick gemacht auch. Und auch hier natürlich Kunstleder das Ganze, ganz pflegeleicht, auch hier wieder diese dicke Steppung, schauen Sie mal hier, kommt das natürlich, diese Chesterfield-Steppung sehr schön zum Vorschein, wirkt natürlich darauf auch sehr, sehr gut. Hier siehst du auch nochmal, wie schön dick das Ganze gepolstert ist auch, also diese Qualität auch einfach. Ich bin immer noch begeistert von dem Preis, weil ich habe gedacht, sowas kostet mindestens 100 Euro, vor allem in der Qualität. Ich meine, wir haben ja eine Belastbarkeit von 300 Kilo, wir haben 80 Liter Stauraum, den wir hier nutzen können. Das ist wirklich eine Wahnsinnsqualität, das werden Sie merken, wenn das zu Ihnen nach Hause kommt. Super genial gemacht, sowas jetzt für diesen Sensationspreis, das ist einfach genial. Wir hören gerade unsere weiße Truhe, auf der ich hier so schön Platz genommen habe, die ist schon ganz stark nachgefragt hier bei uns. Wenn Sie die weiße noch haben wollen, ich stelle die hier auch mal daneben. Weiß ist schon ganz stark nachgefragt. Mit der Bestellnummer, die sage ich gerne nochmal für weiß, für weiß ist es die NX 6236 und die 569, aber für beige sage ich auch gleich gerne die NX 6237 und die 569. Warum wir das jetzt so ausdrücklich nochmal betonen, ist, wir sind hier überall auf den letzten Stückzahlen. Die schwarze, die wir Ihnen auch gleich noch vorstellen können, ist schon ausverkauft. Leider. Das heißt, dann kommt die nächste Lieferung erst wieder Mitte März, da ist es dann natürlich wieder lieferbar. Aber wer jetzt gleich solche intelligenten Wohn- und Stauraumlösungen haben will, der muss schnell sein, wenn Ihnen eines dieser Sachen gefällt. Ich glaube, Preis-Leistung, da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, 23,70 Euro für so eine Truhe ist der absolute Wahnsinn. Und deshalb schnell sein, weiß wird jetzt auch immer begrenzter, schwarz, wie gesagt, kommen wir gleich noch dazu, ist bereits ausverkauft. Jetzt eingeblendet ist die beige Kiste. Und die können Sie natürlich auch schön für die Küche mal bestellen, das ist natürlich auch kein Thema. Wenn Sie in der Küche zusätzlichen Stauraum brauchen, da hat man ja immer so viele Tüten zum Beispiel, alles was so rumfliegt. Diese ganzen, man hat ja jetzt immer diese Plastiktüten, das ist ja immer so viel, dann hat man irgendwas, was man unterbringen muss. Hier, holen Sie sich doch mal wirklich ganz elegant und schick einfach so eine Truhe in die Küche. Das ist doch perfekt, da kann man sich auch mal draufsetzen und für Ihren Flur, für Ihren Flur bestellen Sie auch gleich eine mit, weil im Flur kann man sich da auch hervorragend draufsetzen, um die Schuhe anzuziehen. Und da haben Sie ordentlich Stauraum auch für Schuhe zum Beispiel. Machen Sie die ganzen Schuhe rein und auch mal so Regenschirme und was so anfällt, alles zack, zack, zack damit rein. Also Schuhe hier rein und zum Anziehen draufsetzen, das ist ja perfekt. Natürlich auch diese Idee wirklich klasse, aber ich denke, Sie zu Hause haben mit Sicherheit noch mehr Ideen, wie Sie diese tollen, tollen, belastbaren Truhen einsetzen können. Nochmal belastbar bis zu 300 Kilo Gewicht. Die beige Kiste hier, die hat die Bestellnummer NX 6237 und die 569 auch hier der Preis 23,70 Euro. Auch hier schnell sein, die Stückzahlen schrumpfen minütlich und wie gesagt, die nächste Lieferung kommt dann erst am 10. März. Und das ist auch der Moment, auf den Sie warten müssen, wenn Sie denn die schwarze hier möchten, ebenfalls aus Kunstleder. Die ist uns bereits komplett aus den Händen gerissen worden, heißt also die erste Lieferung komplett ausverkauft, auch die zweite schon zum Großteil vergriffen, obwohl die erst am 10. März kommt. Also wer hier vorbestellen will, da sehen wir übrigens alle unsere Truhen nochmal hier im Überblick, wer hier vorbestellen möchte, sollte das jetzt tun, damit er dann auch im März tatsächlich diese schwarze bekommt. Alle anderen sind noch, ich betone, noch lieferbar, egal für welche Sie sich entscheiden, bitte schnell sein. Ja, schwarz bekommen Sie selbstverständlich, wenn Sie jetzt vorbestellen, auch den TV-Sonderpreis. Ja, und die, ja, wir haben sie die ganze Zeit gezeigt, jetzt ist sie leider ausverkauft wirklich, die wurde uns jetzt aus den Händen gerissen. Aber Sie bekommen ja mit Ihrer Vorbestellung dann auch wirklich eine aus der nächsten Lieferung und auch jetzt den TV-Sonderpreis, weil die ist auch wirklich richtig schön. Auch hier natürlich toll belastbar, sehr edel und elegant, sieht natürlich zu schwarz auch richtig toll aus. Auch hier 300 Kilo belastbar, selbstverständlich, wenn Sie sich damit draufstellen wollen oder so, wenn Sie ein schwarzes Ledersofa haben, ist das natürlich auch sehr, sehr schön. Aber da können Sie auch gerne eins der grauen Modelle bestellen, wenn Sie es sofort haben wollen oder vielleicht sogar eins von den beige Champagnerfarbenen Modellen. Das ist dann sofort bei Ihnen zu Hause. Überlegen Sie, hier nochmal alle Bestellnummern in der Übersicht. Ja, und für die Schwarze, die nenne ich Ihnen nochmal extra, das ist die Bestellnummer, die NX 62, 35 und die 569. Alle anderen sind sofort lieferbar, ob Graustoff, Beige-Kunstleder oder Weiß-Kunstleder sind sofort lieferbar. Die Schwarze wieder am 10. März und das wird auch mit den anderen Truhen passieren, wenn Sie zu lange sich Zeit lassen, dass die 1. März wieder lieferbar sind. Deshalb gehen Sie jetzt sofort ans Telefon und bestellen Sie sich Ihre neue Truhe. Sorgen Sie für Ordnung und vor allem schaffen Sie sich auch neue, komfortable Sitzmöbel.